Moin Leute und herzlich willkommen zu unserer sechsten Hacking Challenge. Heute mal in Bass. Ich bin mit meinen 25 Jahren endlich mal in Stimmbruch gekommen. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ist nur so eine richtig fiese, komische Grippe oder was auch immer. Mir geht es ansonsten super gut, aber meine Stimme hört sich halt an, als wäre ich wie ein Diesel. Und ja, das ist halt leider jetzt aktuell so. Gestern war es noch deutlich schlimmer, heute ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Aber wir werden sehen. Das Ganze zieht sich jetzt schon seit zwei Wochen. Das heißt, ich konnte zwei Wochen schon nicht aufnehmen. Und ja, ich dachte mir, mit der Hacking Challenge kann ich euch nicht hängen lassen. Hier kann ich euch auch einfach mal alle informieren, was jetzt gerade so hier passiert. Und mich entschuldigen, dass die neuen Serien so ein bisschen länger dauern, als ich das Ganze eigentlich geplant hatte. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange es noch geht. Ich war beim Arzt, es ist nichts Schlimmes, aber es dauert halt. Und wenn es halt noch bis Weihnachten geht, an Weihnachten bin ich auch nicht da. Logischerweise. Da fahre ich auch zu meinen Eltern. Und ja, das heißt, ich möchte einfach noch eure Geduld ein bisschen auf die Probe stellen. Und hoffe, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Es kommen natürlich weiterhin täglich Videos, aber es kommen halt keine neuen Serien aktuell, weil, wie gesagt, Aufnehmen schwierig ist. Okay, aber Hacking Challenge Nummer 6. Heute im Bus, wie gesagt. Ja, wichtige Sachen sind, wie immer natürlich, bitte keine DDoS-Angriffe fahren. Bitte nicht einfach Passwörter auf der Website brute-forcen. Das macht nie Sinn bei meinen Passwörtern, weil ich die extra immer so wähle, dass sie nicht brute-forcbar sind. Und ja, wichtig ist natürlich auch, dass, wenn ihr irgendwie die Challenge schafft, dass ihr dann nicht jedem verratet, wie ihr es gemacht habt, sondern dass ihr einfach nur einen Jubelschrei rauslasst. Egal wo, Discord, Forum, Twitter, Facebook oder selbstverständlich auch hier. Aber ja, okay. Und wenn ihr auf den Server kommt, dazu gleich noch ein bisschen mehr, dann bitte die Challenges nicht verändern. Mittlerweile sind es ja mehrere, deswegen Plural. Und ja, ansonsten muss ich halt leider den Server komplett vom Netz nehmen und dann neu aufsetzen. Und ja, je nachdem. Okay, und natürlich gilt mein Dank wie immer HK Hosting, die uns den Server kostenlos zur Verfügung gestellt haben, dass wir hier auch die Hacking-Challenges abhalten können. Cool. Ja, es geht wieder mal hier rum und zwar hier ein kleines Form sozusagen, wo man mal wieder ein Passwort rausfinden muss. Das ist eigentlich immer so der Sinn der Sache. Aber es ist mal wieder natürlich nicht einfach. Und wichtig ist jetzt hier, dass ihr wieder mal Information-Gathering betreiben müsst, damit ihr das Ganze rausfinden könnt. Gut, eine Sache habe ich natürlich noch für euch und zwar hier oben hat es tatsächlich jemand geschafft. Ihr seht, die IP-Ateile ist korrekt. Und es gibt diese Datei auch, könnt ihr auch gefahrlos aufrufen, also die ist nicht bösartig, die Datei. Aber an der Stelle Props an Ghost Dragon, wer auch immer das ist. Er möge bitte einen Kommentar schreiben oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr ihn fragen, wie er es geschafft hat, auf den Server komplett drauf zu kommen. Ich weiß es selber nicht. Und ja, das ist ziemlich cool und motiviert glaube ich auch so ein bisschen alle, die hier bei der Hacking-Challenge dabei sind. Okay, ich freue mich, dass das Ganze geklappt hat. Und ja, bleibt dabei und fragt ihn vielleicht, wie er es geschafft hat oder fragt ihn auch nicht, falls er sich nicht meldet, wie auch immer. Ja, und damit ist eigentlich unsere Hacking-Challenge schon eröffnet. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß wieder mal dabei. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal mit hoffentlich wieder normaler Stimme. Wir hören uns. Ciao, ciao.